Valentin Werns, das ist dein erster WTS-Start in Hamburg. Mit welchen Erwartungen kommst du hierher? Ja genau, also ich bin schon etwas nervös vor heimischem Publikum in der WTS zu starten. Ziel habe ich mir in den Top 20 Platzierungen gesetzt. Ich denke, es ist halbwegs realistisch, wenn ich vorne halt mit vom Rad komme und bin mal gespannt, was auf mich zukommt. Dieses Jahr läuft eigentlich ziemlich gut für dich. Ich glaube, der größte Erfolg war sicherlich das Podium beim Weltcup. Wie bewertest du bisher die Rennen, die du gemacht hast? Ja genau, also Anfang des Jahres bin ich richtig gut gestartet. Da hatte ich zwei Top 10 Platzierungen im Weltcup, Dritter und Sechster. Das lief schon richtig gut, aber jetzt in der WTS eine Liga höher, da hat es bisher noch nie so wirklich geklappt. Deswegen bin ich voller Tatendrang, es dann auch mal in der WTS zu zeigen und Hamburg ist da die perfekte Chance. Was ist anders zwischen Weltcup und WTS? Ja, das Niveau ist einfach nochmal deutlich dichter. Im Schwimmen geht es mehr ab, weil einfach mehr Jungs gleich gut schwimmen. Auf dem Rad ist es ständig Action und beim Laufen dann auch, die Leistungsdichte ist extrem hoch und da muss man schon ranhalten, um da mitzumisten. Es sind neun deutsche Einzelstarter und Einzelstarterinnen hier in Hamburg und ich glaube, ihr seid auch alle zusammen untergebracht. Das heißt, du weißt von anderen, die hier schon gestartet sind, auch so ein bisschen, wie sich das anfühlt in Hamburg. Von den Erzählungen, worauf freust du dich am meisten? Ja, also ich denke auf die vielen Zuschauer. Meine Familie kommt extra hergeflogen zum Zuschauen aus dem Süden. Und ja, ich hoffe, dass das Wetter halbwegs gut ist, dass auch wirklich viele Zuschauer an den Strecken stehen. Wird uns alle auf jeden Fall richtig freuen und dann werden wir auch alles geben natürlich. Du bist dieses Jahr auch schon zweimal bei der Mixed Team Relay gestartet. In Hamburg sind traditionell, wie kann man ja schon fast sagen, jedes Jahr die Weltmeisterschaften. Wie groß glaubst du, ist deine Chance, dass man dich hier zweimal sehen kann am Wochenende? Ja, es wird schwierig, hängt da von Einzelrennen ab. Also die Rennen, die ich dieses Jahr gemacht habe, waren richtig gut. Da war ich immer an der Spitze mit dabei und konnte meine Leistung bringen. Ich denke, Justus und Jonas sind schon noch ein Ticken besser als ich, vor allem im Einzelrennen. Da muss ich schon, denke ich, am besten beide hinter mir lassen im Einzelrennen, um mich für die Staffel zu empfehlen. Wer dann letztendlich startet, sieht man dann. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall als Team eine gute Leistungsdichte haben und uns nicht verstecken müssen. Du bist dieses Jahr schon einmal in der WTS gestartet, in Yokohama. Wie geht es jetzt nach Hamburg? Führe dich weiter noch dieses Jahr? Genau, also ich werde nach Hamburg direkt nach St. Moritz fahren. Drei Wochen ins Höhen-Trainingslager. Von dort dann direkt nach Berlin fliegen für die deutsche Meisterschaft. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil das ist das einzige Rennen, wo die Deutschen alle am Start stehen. Und von da geht es dann weiter nach Japan zum Test-Event, wo die erste Olympia-Quali-Chance ist. Ja, da wünsche ich mir erstmal viel Erfolg fürs Wochenende und auch viel Spaß. Genießt die Atmosphäre und ja, auch alles Gute für einen weiteren Saisonverlauf. Vielen Dank.